Weinst du wirklich erlernst schwimmen, wenn wir ihn einfach so reinschmeißen? Auf jeden Fall. Hey! Obwohl, kann sein, dass das bloß bei Kindern funktioniert. Ja, ich kann den gerade nicht spüren. Ja, so war's. Wenn man ein Baby reinwirft, dann schwimmt es. Instinktiv, von Natur aus. Das ist eine wunderschöne Sache. Ich glaub, wenn man ein Erwachsenen reinwirft... Lebt wohl zusammen! ...funktioniert's nicht. Lebt wohl!